Loscht op mua, leß ja lux. Die LASAP setzt op Wurstum, gesondervolle Finanzen an Sozialkohesion. Für Wurstum, an dem man da auch neue Arbeitsplätze, brauchen wir Investitionen an Kaufkraft. Kaufkraft durch gut Lohnaufschluss, ein faire Mindestlohn, Rentenauschistement an besonders den Index. Dafür stimme ich. Er klare es, weil die LASAP schafft kein den Index auf. Wollt ihr auch loscht op mua? Da will die LASAP, leßt sieben. Untertitelung des ZDF, 2020